ja hallo ist wieder manja vom verein therapie yoga und ich freue mich dass ihr heute wieder dabei seid ich möchte heute noch mal auf ein thema eingehen das ich schon öfters erwähnt habe gerade im rahmen des bereiches panikattacken ängste aber auch im bereich ernährung und zwar noch mal über das thema entgiftung warum das weil ganz in letzter zeit wieder mehr frauen zu uns gekommen sind und gefragt haben ja ich muss doch jetzt mal entgiften und mein arzt xy oder meine freundin oder mein anderer therapeut was weiß ich haben gesagt dass ich wahrscheinlich quecksilber verseucht bin oder zu viel schwermetalle habe oder was auch immer ja und dass ich doch mal unbedingt entgiften soll und ich habe schon mal geschaut was da alles machen kann und was empfiehlst du denn oder was empfiehlt ihr denn hier und dann kann ich immer nur sagen ich empfehle erst mal überhaupt nichts weil ja entgiften ist ein riesiges thema und ganz ganz wichtig ich sag mal so gerade in diesem bereich der chronischen oder schweren erkrankungen aber auch bei den ganzen psychischen sachen ob es jetzt ängste sind panik sind aber auch sachen die das gehirn betreffen demenz alzheimer parkinson alles was so neurologische sachen sind natürlich auch und insbesondere auch beim thema gewicht und beim thema ich möchte gerne schwanger werden haben wir natürlich dieses thema entgiften weil einfach wir durch die ernährung die wir vielleicht hatten je nach alter in dem wir sind durch das thema umwelt je nachdem wo wir gelebt haben da häufig oder das thema zahn amalgam füllungen nenne ich jetzt mal als einen großen klassiker ja da natürlich häufig belastet sind und jetzt ist es so jetzt gibt es wunderbare bücher über entgiftung es gibt wunderbare methoden wunderbare therapeuten die sich damit beschäftigen und beschäftigt und das auch weitergeben über kurse über dass man zu ihnen kommen kann und das ganze messen kann mir geht es mal heute in diesem teil darum dass wenn ich entgiften möchte und auch das möchte ich hier ganz doll anbringen wenn ich abnehmen möchte weil die meisten giftstoffe im fettgewebe ich sag mal eingelagert werden vom körper und dann natürlich wenn ich abnehmen frei werden dass ich als ersten schritt mal den körper dazu bringen darf dass er auch in der lage ist diese giftstoffe auszuscheiden und es geht gerade bei platz bei 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 ich sag jetzt mal patienten oder bei menschen die erkrankungen haben wo der darm betroffen ist zum beispiel oder wo die leber die nieren betroffen sind oder die schwere hauterkrankungen haben dass die erst mal ihren körper wieder langsam in die lage bringen dürfen dass er gut entgiften kann jetzt möchte ich dazu sagen es gibt eine disposition bei den menschen es gibt ein gen das den menschen zu einem schlechten entgifter machen kann und der mark heiman hat gesagt ich habe euch das mal mitgebracht dieses gen heißt gstm 1 und dieses gen ist praktisch dafür zuständig für wenn man das nicht also wenn man wenn man dieses gehen das ist ein schlüssel gehen wenn man dieses gen nicht hat dann ist man ich nenne jetzt mal ein schlechter entgifter ja und ein schlechter entgifter heißt dass der körper alleine sehr schwer in der lage ist gifte auszuscheiden und nach studien wird geschätzt dass ungefähr die hälfte der bevölkerung das ungefähr die hälfte der bevölkerung dieses gen fehlt das heißt es gibt den super entgifter der hat dieses gehen und es gibt den nicht super entgifter aber den schlecht entgifter oder wie wir es immer nennen wollen ich wollte schlecht schlecht das wort ist jetzt irgendwie schlecht aber es ist egal der eben nicht so gut entgiften kann und der da unbedingt unterstützung braucht und ich sag mal was der dr mark heiman immer sagt ist dass die meisten menschen die krank sind haben dieses gen nicht so das ist erstmal ganz wichtig zu wissen weil natürlich ganz tolle wild kräuter entgiftungen oder ich entgifte mit grünen smoothies oder was auch immer kann bei diesen super entgiftern hervorragend funktionieren kann man den anderen aber total nach hinten losgehen denn wenn ich zwar in der lage bin die stoffe zu lösen aus dem gewebe aber sie dann nicht raus bringe aus dem körper dann habe ich dem körper ich sag mal sondern bären dienster wiesen und schwirren die jetzt mal so platt ja schwirren die durch den körper und wissen nicht mehr wohin weil wir lösen sie aus dem gewebe raus oder da wo sie sich in gelagert haben in den knochen in den gelenken hauptsächlich im bindegewebe und dann kommen sie nicht raus von daher sage ich immer ganz gerne es ist wichtig im ersten schritt dass du meinen körper schaust welche entgiftungs rausbringen methode ist für dich die beste das kann sein ein zeolith das kann eine heilerde sein das kann sein ich mache noch kolonhydro das können die basenbäder sein das kann eine schelattherapie sein das kann viele geht über ernährung vitamin c infusionen sein glutation infusionen sein das können antioxidantien sein die ihr zu euch nehmt also dass ihr praktisch da erst mal wirklich schaut erstens was spricht nicht an was wo gehe ich in resonanz mit ja also nichts einreden lassen sondern einfach mal guckt was ist die palette und was spricht mich da am ehesten an was kann ich auch durchhalten was macht mir auch spaß und ich mache jetzt mal als beispiel nehmen wir mal an es sind jetzt vitamin c infusionen und wildkräuter ballaststoff reiche ernährung und zeolith ja dann schleicht ihr das mal langsam ein und guckt mal wie reagiert mein körper darauf bekomme ich durchfall oder geht das da gut mit und wenn ihr das gut implementiert ab was auch immer eure methoden sind deswegen ist es gut dazu verschiedenen menschen aufzugehen die sich damit gut auskennen und mal rein zu spüren mal rein zu hören dann erst im zweiten schritt geht ihr auf die entgiftung ja und jetzt fragt ihr vielleicht aber was soll ich denn jetzt entgiften woher weiß ich denn was was ich jetzt da entgiften soll und das ist im endeffekt so da gibt es verschiedene methoden ihr könnt analysen machen ihr könnt urin analysen machen ihr könnt provokationsteorie provokations also ihr könnt es provozieren über schelat therapie und gucken wie viel wird da ausgeschieden was wird da genau ausgeschieden da gibt es praktisch verschiedene methoden wenn ihr jetzt eher nicht so ein spritz und typ sei da empfehle ich immer eher einfach mal eine haar analyse in dem bereich machen zu lassen und vielleicht auch urin parallel das blut bringt meistens nicht so viel dahin zu schauen manche menschen gehen auch zu einem kinesiologen und lassen das austesten wenn es euer ist macht er halt das ja oder gehen zu einem bioscan der ja auch schwermetalle messen kann also da schaut einfach was ist meins brauche ich den laborbericht oder glaube ich an den bioscan oder glaube ich an den der das kinesiologisch austesten da dürfte wirklich schauen was ist und wenn ihr dann herausgefunden habt was es zu entgiften gilt dass sie dann da gezielt mit den entsprechenden dingen angeht es kann induktions fußbäder sein es können wie gesagt natron fußbäder sein es kann koriandertinktur sein oder bärlauch es können wie gesagt die wildkräuter sein oder rizole also da gibt es unglaublich viele viele methoden mir war heute nur wichtig mal die abfolge so ein bisschen zu regeln ja weil ganz häufig erlebe ich dass sie zu den therapeuten hingehen die menschen das dann austesten lassen wie auch immer nehmen wir mal jetzt als beispiel kinesiologisch der sagte nach du hast da zu viel quecksilber und zu viel schwermetalle und ich gebe dir jetzt mal die tropfen und die solonate oder die die gelattherapie das auch immer und parallel nimmst du damit es aus dem körper rausbringt noch zeolit und die grünen smoothies oder so ja und dann können die es ist der körper aber noch gar nicht darauf eingespult dass er dieses gift dann auch raus bringt oder die methode ist dann nicht so optimal für euch deswegen dreht einfach die sache mal um ich weiß dass oder ich kann mir vorstellen dass das vielleicht jetzt einige nicht so toll finde ich gerne hören aber ich bin immer eher jemand der pragmatisch veranlagt ist und mir geht es eher immer darum dass man dinge auch alleine machen kann und das könnt ihr alleine machen ihr braucht nicht immer teure mittel über lange zeit wenn ihr es einfach mal umdreht und schaut was ist denn für mich gut was ist für meinen körper das richtige ohne die methoden abwerten zu wollen darum geht es überhaupt nicht es ging jetzt einfach mal um die reihenfolge das ist einfach meine empfehlung spürt mal rein was das mit euch macht schleicht wie gesagt das ganze ein trischt nicht drauf macht das lieber langsam und vor allem wenn ihr abnehmen wollt das entgiften nicht vergessen wenn ihr dazu fragen habt schreibt gerne in den kommentar wir versuchen euch da schnellstmöglich zu antworten ansonsten freue ich mich wenn ihr ja auch e mails schreibt wenn ihr mitgliedet werdet im verein wenn ihr eigene ideen habt die ihr gerne hier einbringen möchtet gibt mir gerne ein like und ich wünsche euch noch ein wunder wunderbaren tag bis dann